Abschusshilfe, boah, der hätte mir zu stehen müssen, Alter. Wo bist du? Björk! Oh, mein Flügel! Mein Flügel! Ah! Weiß die Wut hat abgeschossen, ne? Aber... Ich komme mir auf die HI-112. Der Typ hat einfach unendlich leben, Allah. Die 20mm-Kanonen sind immer besser, finde ich. Jetzt habe ich nur so Billo-Flugzeuge. No, ich habe Pisch gehabt. Scheiße, ich muss mehr forschen. Tempo-Fahrringhaden. Pappala-papp, jetzt geht es richtig los. Micha, oder wen? Tempo-Fahrringhaden, du willst ihn von mir, Alter. An wen hängst du dich ran? Ich an Micha. Ich habe heute überlastet mit 5G, das ist nicht so geil, glaube ich. Ach, 5G, pff. Lügt er nicht. Warm. Und diese 20mm-Kanonen sind viel besser als diese scheiß 7mm-Kanonen. Ich habe schon wieder einen Ausschalt mit dem Billo-Flugzeug. Das liegt mir einfach besser. Bin hinter dir. Ah ja. Ähm, wollen wir auf... Woppa? Woppa. 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 Er kommt auf mich zu. Woppa, 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 Woppa. Woppa, Woppa, Woppa. Woppa. Ja, man. Aber übel. Woppa. mich zu ich bedauern kritischer treffer und bist du dauernd ich weiß nicht neben dem motor getroffen ob sie stört mal ist jetzt kommt die fetten fritz kommt ein fettes flugzeug oder mtb-flugzeug komme ich voll gut klar man boah jetzt geht's abalarm und erkenne 18 sekunden doch als flugzeug zerstört die macht sein zu einfach am arsch online nein nein die sprit leckt noch ganz 80 minuten war der ja ich hab noch 75 sekunden im hohen 20 sekunden war nicht die verfolgt er sich verfolgt er sich verfolgt er sich verfolgt er ist irgendwie ein berg ne ja 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 das passt das passt boomer nehmen wir uns vor unter dir ja bin wieder dran es ist ein witz zerstören oh man alter eine rauchschwade der schießt auf sich und ich komme mit der ha112 Ausweichmanöver, ne? Das war richtig krass, man. Ich hab dich gar nicht kommen sehen. Ich hab dich auch nicht erst. Ich dachte, du... Ich hab einen am Hals. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Komm zu mir. Komm mir entgegen. Ey, Junge, da wird dir jetzt richtig abgeknallt. Die richtig... Na, bleibst du, bleibst du. Das ist gut. Ne, haben... Ne, kritischen Treffer, aber der holt dich glaube ich nicht mehr. Ich seh's. Ich bin schon wieder an der Abschlusshilfe. Nice. Oh Gott! Du hast gerade irgendwas hinten verloren. Ich hab's gesehen. Ich weiß aber nicht was. Boah, die kann ich mehr hochziehen. Das war mein Höhenleitwerk. Ja, das kann gut sein, dass das war. Also ich kann kaum noch hochziehen. Sagen wir's mal so. Total instabil, die Karre. Unter dir ist ein Gegner. Ich hab keine Kontrolle mehr. Gescheit. Parakiri? Ja, wenn ich runterkomme schon, aber ich mach einfach nur mit dem Motor aus. Achso. Nicht die blauen, das ist unser Typ. Ich versuch grad hochzuziehen, aber es geht nicht. Ich zieh grad voll hoch. Dampft die Landung wohl? Oh Gott, ich seh nix. Nice. Ich lebe noch. Immerhin gelandet, ey.